Ja und hiermit ein hallo und herzlich willkommen liebe Leute hier ist wieder eurer Rabbit Boom. Niestem mal spielen wir etwas was ich will, weil ihr habt ja anscheinend nicht so wirklich entschieden was ihr wollt. Deswegen spielen wir es jetzt einfach mal. Ich bin heute Insel Kark, nein, Fail, mein Fehler. Ich bin heute, wie hieß denn die Nurschalkkanäle? Ja, weil der Fehler ist deswegen entstanden wegen Kark und Kanäle, das ist ja, kann man so denken. So, ich nehme an wen, weil die Akkazinerweilung rein, nichts anderes. So, an die Tankmine, das müsste eigentlich passen. Ja, das passt alles. Ja, also nehmen wir doch ein, na ich nehme doch ein Versorgungssoldaten. So, ja wie ihr seht, seht ihr so viel, dass wir gerade der Feuer am Versagen sind. Das passt mir gerade behaupten. Vielleicht wird Boom, bis wir doch reinkommen. Ich seh gerade hier sind so viele Spieler drauf. Hier, hast du Munition. Das kriegst du sogar umsonst. So, Jungs, nur dann auf geht's. Im Fahrzeug wird das nicht verandert an eurer Stelle, wir gehen zu Fuß. Huch. So. Okay, wir nehmen es Stück für Stück von hinten ein. Und dann hocken wir die Bude. Okay. Okay. So, wir nehmen eine D ein. Da ist nämlich ein schöner Panzer. Den macht Bum, 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 Bum. Den krallen wir ins Klemmer. In diesem Fall haben wir uns heute wohl noch nicht gesehen. Wir bleiben erstmal hier hinten. Tun wir so, als wären wir noch nicht da wären. Das hat uns anscheinend noch keiner gesehen. Gut, machen wir so was mal einfach. Nein, das habe ich auch gesehen gerade. Ich bin euer, euer Panzerfahrer. Wir hocken jetzt hier. Eigentlich wollte ich Infanterie ein bisschen machen, aber das ist ja alles nichts. Wir müssen hier unsere Leute ein bisschen unterschützen. Das ist so geil, das ist das. Ich habe das Gefühl nicht gelöst, dass das ein Jets war. Oder ein Panzer, auch so ein ostomischer Panzer. Okay, rein euch. So, jetzt ist der B hier. So, jetzt ist der B hier. Alles ist nachgeladen. So. So, jetzt ist der B. So, jetzt ist der B. Jungs, wir müssen die Bude rocken. So, die Schützung ist da. Ah, die Warte fängt mal nicht durch. Scheiße. So. Jetzt drehen wir mal die Spieß um hier. So, außenrum. Ist nichts. Anpeilen ist nicht. Hier ist schon gut. Was war's? Keine Ahnung. Kriegt ihr den noch? Ich kriege ihn. Hast du dir geholfen? Sehr schöne Arbeit. So, jetzt gehen wir hin. Jungs, das macht doch richtig gut. Ich bin stolz auf euch. Schließlich wollen wir ja nicht, dass hier Leute irgendwie unsere Flaggen einnehmen. So, weiter geht's. Es ist kaum, dass ich da bin, Jungs. Schon rocken wir hier die Bude. Weil ich da bin jetzt kann. So, wir greifen jetzt mal oben an. Oben haben wir eine gute Einsicht. Hoppala. Mein Fehler. Könnt ihr irgendwas sehen? Ne, das ist unser. Oh, ich muss mal von oben kommen. Deswegen komme ich von oben. Perfekt. Bumm. Hat's gemacht. Oh, Tromper. Auf nach oben. Das ist unser nächstes hier. Wollen wir ja nicht voll polieren hier. So. Große Gitte. Ich sehe nichts. Oh, da hinten ist ein Kampf hier. Das ist ganz schlecht. Ich habe ein bisschen Angst, dass mich keiner auf der hinten angreift. Ich habe ein bisschen Angst, dass mich keiner auf der hinten angreift. Eintrack ist auch unterwegs. Hast du jemanden gesehen? Die rennen da hinten rum, die da. Hier bleibt man nicht still, oder? Das wäre echt cool. Ich habe mich da hinten gesehen. Ich habe mich da hingesehen. Tristen. Ich habe es da nachgelassen. Sehr schön. Ich habe den Eggert. Wir haben den Eggert. Wir haben den Eggert. Ich habe den Eggert. Ich habe den Eggert. Ich hasse es, wenn die Dinger, wenn die Typen sich noch so schlimm in Kisten verstecken. Absoluter Hass. Ich krieg's ja nicht, ich muss mal das kriegen und ich versuch mal aus, um uns zu fahren. Scheiße. Sparrieren. Scheiße. Sparrieren. Schlecht. So, das war geplant. Nix ist mit Klauen hier. Klauschweine. Sehr schöne Arbeit. So, jetzt machen wir mal kurz ein anderes Visier hier rein. Das gefällt mir nämlich gar nicht. Flex Ach nee, wir wollten ja eine Pionierwohnen nehmen Ach nee, ach nee, nehm ich So, Apache Ihr könnt doch nicht fliegen Mit Maus und Tastatur Aber eher mit Maus und Tastatur Flirter? Ja, schön Bumm Ach, falsch ist es hier drin Raus und Tastatur ist ja voll der Hass halt In der Zeit der Panzer Was ist es jetzt? Oh Tut mir leid Scheiße, scheiße Scheiße Nein Das sind so Sachen, die wollten ich nicht Tut mir leid Ich hab versagt Verzeih mir bitte Hm, wie gehen wir das Ganze jetzt an? Nochmal in der Viper Oder? Ach egal, versuchen wir es einfach mal So Ich hab doch gerade in mir Ich hab doch gerade in mir Nervös So, ist der Pionierwohnen noch da? Ist er Oh, wie ich überhaupt nicht fliegen kann mit dem Maus und mit dem Ding jetzt hier Ist ja furchtbar Ich hab doch gerade in mir 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 Was ist das denn? Oh, was soll denn überhaupt nicht fliegen? Ich will lieber anschließen, als so fliegen zu können. Oh Gott, das so zufliegen ist echt die Hölle, ey. Obwohl, es ist so dumm gestellt, ich habe es eigentlich schlimmer erwartet. Was ist jetzt los? So, ist er abgesprungen. Raffle. So. Das Pilip, das ist super down. Ja, das muss gelang sein. Oh, 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 oh. Fliegen, fliegen ist echt schwierig mit so einem Tor. Aber noch, warum nicht falsch? Noch ist alles hier. Das ist ein Teil. Okay. Ja, schön. Ich will doch mal aborieren erstmal hier. Ich bin einfach tot. Gut. So, wir können gut schauen, sehr schön. So, jetzt treiben wir die komischen Panzer da an. So, jetzt treiben wir die komischen Panzer da an. So. Wir müssen jetzt impressions, ja. Ähh... Du 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 du... So. Wir machen jetzt uns nach B. Ich habe den jetzt gelandet. Ah ja. So. Rapid Buu... Sie in der Haus. Papa haben wir angehe, jetzt. Was ist der Hof? Wut's? Loll. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht, dass ich mich sehr erwartete. Oh mein Gott. Ich trete mich. Ich trau mich jetzt nicht auf die Straße, um zu stellen, wenn ich da eine Granate reinfülle schüttere, damit es immer alles feierabend ist. Für mich und für meinen Gammer. So. Ja, das wird eine App etwas längere, wo wir ihn hören. Wo? Guck mal an. Es ist gerade keiner da, Mensch, ich kann gerade nicht an dem Telefon, äh, in der Klingelreine. Ist der jetzt kaputt? Besser. So, die Kampfs, die Kampfs, die Kampfs, die Kampfs, die Kampfs, die Kampfs. Null. So. Ich hab mich festgefahren. Scheiße. Ah, scheiße, das wollte ich nicht. Ich wollte wegrennen und dann sprengen. Scheiße. Das war heute so ein Satz mit X. Scheißen, Dracke. B? Ah, brauchen jetzt was anderes hier. B. Wo ist der denn zum Schrauberfreund? Unser Einnehmer ist dort. Das geht immer gar nicht. So. Da kommt schon unsere Unterstützung. Willi. Ah, das ist unsere, okay. Da kommen wir gerade, Willi. Die kriegen wir nicht. Ne, der ist so weit. Oh. Oh. Wie kommt das jetzt? Hast du ihn gesehen? Nein. Ich nicht. Da ist er. Nein. Scheiße. Kill ihn. Kill ihn. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Daran geohnt. Eiskalt. Ich muss mal zurück. Oh, Mann. Oh, Mann. Daran geohnt. Eiskalt. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Eieieiei. Komm, ein Karte-Jett oder was? Was geht's denn los? So, der ist richtig geil, ja. Uts. Nein. Der ist so weit. Der hat auch schnell gedreht. Er nimmt jetzt einen. Panzer, oder? Ne, Panzer und ein Panzer. Panzer, Panzer. Naja, Hilfe kommt da schon. Hab ich nicht gesehen, was hab ich gesehen? Ich habe nicht gesehen, was hab ich gesehen. Ich habe nicht gesehen, was hab ich gesehen.